Moin Moin Pyrus, heute mal geht es in diesem Video um die Blinkweiden Darlehen von Funke. Ja das ist ein 400 Gramm Cake mit einem Kaliber von 30 Millimetern auf 16 Schuss. Die Effekte sind Blinkweiden kombiniert mit Dalliensternen, mit Feuertöpfen aus Blinksternen und Farbkometenaufstieg. Die Produktion ist von 2018. Gehen wir jetzt mal raus und sind in das gute Steckmal. Viel Spaß! So jetzt sind wir nun die Blinkweiden Darlehen von Funke. So jetzt sind wir hier. So jetzt sind wir hier. Das war's für heute. Das war's für heute.